Jo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge, ATS mit Johannes und Max, hallo. Das geht lustig, bald oder so. Auf nach Utah, äh, so nicht. Hm, Johannes. Na, come on, dieser I-Quadratmeter, äh, Arizona hat mich so getriggert. Hm. Bluff, die bluffen so alle. Hm. Bluff. Peter, bluff. Ist das die, die, die Tätigkeit oder das Geräusch? Pfff. Oh, Mann. Das Geräusch der Tätigkeit. Hm. Boah. Hier, hier bluffen sie immer und das macht da so Geräusch. Da steht der Schulbus an der Tankstelle, ne? Haben die Unterricht in der Tankstelle? Zu verkaufen. Oh. Und dann noch eine Pause. Pause von den Kindern, ach, die sind Kinder, ne? Hm, ja. Da sollte man abschnaufen. Die ganze Zeit ihren I-Phones da. Die ganze Zeit ihren I-Phones da. Was ist denn in Airpods oder so? Haha, jeder Junge im Zug hin. Ne, ne, in Köln. Was? Der Mongo, alter. So, Christ. Wahrscheinlich liegt der Airport immer noch auf dem Boden des Zuges. Ja, das sagt die Legende oder was. Echt? Ja, der Mongo ist doch umgekippt. Ja, genau. Und dann hat der Anna gesehen gehabt, der hat sein Kopf wieder fallen. Dann hat er aufgehoben und dann wollte die ihn noch wieder zurückbringen oder so. Ne, der lag noch da dort. Nein, der hat den mit rausgenommen. Ja, einer. 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 Einer lag da noch. Ich schwöre ich. Wo wir den Ding ausgestiegen sind. Nein, einer hatte er im Ohr, den anderen hat er verloren. Den hat der eine Mongo. Der Mongo hat gesagt, den bringe ich den wieder. Ach so. Ja, ein Ding in Köln, wo wir ausgestiegen sind. Ja, genau. Da haben sie es dann gesagt gehabt. Ja, eine Bemühlung geht dem wieder. Ich würde mich bis heute interessieren, ob sie das geschafft haben. Das weiß ich nicht. Auf der ganzen Köln-Messe einen einzigen Jungen zu finden. Hm. Das schaffen wir. Heavy Duty, Alter. Ah, die sind Straßen. Hm. Ich finde es immer noch lustig, wie sie einfach da ein paar Dinge gemacht haben, sonst wäre da gleiche Methoden oder so. Hahaha, ja. Ich würde denke, komm, das ist kein Fenster offen, 10.000 Menschen auf zwei Quadratmetern. Ja. Und der Piskopf hat wahrscheinlich nichts getrunken und nichts gefressen. Ja. Ich habe selbst kein Frühstück gemacht. Ja, klar. Aufstehen, los geht's. Auf geht's, aufstehen, iPhone an, AirPods rein und das ich Sido anmache. Spender sein. Nee, Sido anmachen. Ja. Erstmal Sido anmachen. Hm, Sido anmachen. Nee, bei dem Stoppwechsel ist das aber schön. Ich weg jetzt nicht. Sehr nett, dass die Zweispiele zu uns mit dem Stopp geht. Sehr nett. Ich glaube, hier fahr ich noch nicht. Ich fahr es nicht. Ich war ja nur nicht. Das Spiel hat mich heute schon mal verarscht. Hm. Was Amerikas Fein ist. Hä? Hier soll es Fein sein. Hm. Okay. Nee, ist es nicht. Was für eine riesige Flagge haben sie da auf jeden Fall? Boah, das war irgendein 4. Nicht 5. Nee. Nicht 5. Nicht so viel. Fahrzeug gut und ruhig läuft. Nee, ihr wisst es nicht. Ach man. Wir müssen warten. So fein war der Orgen praktisch. Ich habe keinen mit Zylinder gesehen. Hm. Johannes und sein Zylinder. Ja. Äh, Dinge auf die ich sehr stolz bin. Hm. Hast du denn wenigstens einen? Nein. Aaaaaaah. Schande. Hm. Schande über dich, Johannes. Schande. Was? Hole in the rock. Hä? Hole in the rock. Mit Plastikelefanten. Geil. Hattest du doch kopf? Stanley Manns. Aber mit A geschrieben. So ist er nicht mit Nelson verwandt. Ah. More. More. Mother of all. Box. To do the most. Das ist ein Ding. Hahaha. Das ist die Kleinstadt mit der zu groß geratenen Garage. Die sieht so scheiße aus. Hm. Hahaha. Stimmt. Hier sind wir doch das erste Mal losgefahren, wo der Truck hier neu war. Ha. Geil. Das bringt mich zurück. He. He. Weil das so scheiße ist. Ne. Der ist nicht kockiert. Das ist angenehm. Ararons. Ja man. Ararons. Ja man. Ararons. Ja. Max ist jetzt erst. Komm schon alter in Moab. Wie viele Leute leben da? Drei? Vier? Fünf? Tausend. Wenn du die Touristen bezählst dann ja vielleicht. Ja genau. Aber die bauen die ordentlich aus ey. Ja willst du nicht hier ziehen? Ja doch guck. So ganz einfach. Willst du nicht hier ziehen? Nee. Zieh hier nicht. Thorsten geh. Nur Thorsten. Nicht Thorsten geh. Boah. Haha. Ne. Oh. Na. Na. Was ist denn da passiert? Nichts. Okay. Was geht ab Meister? Was geht ab? Ja. Moin Moin. So was schreibst du nur in Form. Das ist der absolute Forum Slang. Ja. 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 Scheiße. Nein. 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 Ja. Nein. Ja. 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 Na, Johannes. Nein, natürlich, den hab ich vorher auch ausgetrunken. Jetzt sprich. Energie. Zucker ist böse. Zucker ist böse, Max, Max. Ja, stimmt schon. Salz... Salzlage City. Was? Alles, was in Salzlage eingelegt wird, kommt hierher. Aha. So funktioniert das nicht. Echt? Achso. Dachte schon, können wir schöne Dinge in Salt Lake City schön Bressac essen, Alter. Ich mag das auch nicht. Kennst du Bressac? Ja. Ich mag das nicht. Eigentlich mein ich so der Fan von diesem Ganzen. Traditionell Zeug. Ne, ich auch nicht. Was das angeht, weiß ich so. Sauere Lüngerl oder so. Bleh. Wie so diese ganzen Organe. Ja eben, ich tu mich schon schwer Organe zu essen. Ich hab einmal Leber probiert oder was. Ach, das ist so ekelhaft eisenhaltig und so. Leber ist okay, aber das ist irgendwie so die rote Linie bei mir. Na stimmt, war eisenhaltig, ne? Ach boah. Wahnsinn. Ähm. Aber so das andere dann zum Bressac oder Sautolöme. Also das eine was ich mir immer eingehen lasse ist Leberknödel. Ja gut. Das ist geil. Da flack dir nicht ne ganze Leber drin. Ja klar. Boah. Boah. Oh Gott. Was hast du an Internet oder was hast du? Also ich hab durchgehend 50 bis 60 FPS. Ist alles cool. Das hat gerade hier in-game genießt ey. Kommt wieder was. Oh. Miau. Genau gut. Ja. Sind ja heute alle so freundlich ey. Die sind ja heute alle so freundlich ey. Die kompensieren alle den letzten Scheiß ey. Ir-irgendwie schon, ne? Fühlt sich alle schuldig. Fühlt euch schuldig. Fühlt euch schuldig, alter. Fühlt sich schuldig, alter. Das ist äh. Der ganze Server hat sich schuldig gefühlt. Hier diese komische Idiot da fährt. Fühlt ist für die, gefühlt 50.000 Jahre die komischen 2 Tüppern hinterher. Hm. Die komischen Typen, alter. Die komischen. Oh. Carbon Avenue. Kannste Carbon kaufen. Hahaha. Hm, I don't know. Nur da. Willst du Karben woanders kaufen? Never. Never, ever. Aber nicht letztes Mal, wo ich plötzlich diese Internetausfälle hatte? Ja. Oder wo wir alle irgendwie Probleme hatten? Das war durch diese Problemfolge. Und wie Max als erstes weg war, dann war mein Internet zweimal weg. Egal. Good old types. Wir waren ja der Router abgehauen. Stimmt. Bei mir war der dick abgehauen. B-Land-Stick. Er hat auch gesagt, nee, tschau. Wiedersehen. Faktischisch, I'm out. W-Land-Stick. 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 W-Land. W-Land-Stick. Ich seh noch keine Fallen. Na, der Ort heißt so. Gravity Falls oder so. Wie ist die komische Hütte da wieder? History Hack. Ja genau, da wusste Hacken, Alter. Ja, wir können gleich wieder die Folge wenden. Okay. Das sieht schön aus wie. Hey. Oh, sorry. Hey. Wer stups? Ich. Ich hab von hinten gestupst. So, okay. Ich hoffe euch hat die Folge gefallen und wenn ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.